Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und ich befinde mich heute in der Abstellkammer, wie ihr sehen könnt. Ich wollte es eigentlich abdecken, wegräumen, aber irgendwie, ich glaube es gibt so ein bisschen Charakter, oder? Oder was sagt ihr? Heute geht es auf jeden Fall um meine Lieblingsmusik. Ich habe euch schon lange nicht mehr die aktuellsten Songs so gezeigt, die ich höre. Und heute ist es mal wieder soweit, also viel Spaß. Und meine Hose hängt irgendwie. Das Ding ist, ich möchte, dass die Hose hier sitzt. Aber sie sitzt eigentlich so hier so. And I don't like that. So, und deswegen werde ich jetzt einfach so ein Haargum hier reinmachen. Sieht schon scheiße aus, ne? Aber freu mich. Hey, hey. Baby, baby. Baby, baby. Baby, I'll come. Baby, I'll come. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Musik 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 1933 Oh Das war's für heute. Musik 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 So where's the love of golden eye of the tree? V-F-F-F-F Und nur noch hier ist der Morgen, yeah Ja, bricht mir mein Herz, ich will doch nie wieder mehr Ab heute kippe ich noch Und darum fällt ja auch Und ey, ohne dich geht, dass wir gut Ey, bricht mir mein Herz, ich will doch nie wieder mehr Baby, girl, I trust this takes too much And trust me If you're gonna If me, girl, you can't be a nun Baby, girl, you got me And you, girl, you got me And you, girl, you got me I don't know what I need Everything I want, when you're only Let me show you, show you, show you Don't leave the back it up Yeah, I've been loving myself But I lost a hundred to myself Baby, girl, you got me Baby, girl, you got me, you got me You want it Baby, girl, you got me baby, girl — bah!" Baby, baby Achtung, 것 Baby, girl, you got me Baby! Baby, girl, you got me Baby, girl, you got me Baby, girl, you got me Baby, girl, you diste Musik 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 KORKOROK 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 Schlipp Schlipp Ich habe leider nicht meine ganze Playlist geschafft, aber ich hoffe, es waren einige neue Lieder für euch dabei. Ich habe einfach übel Hunger gehabt und bin voll fertig. Deswegen würde ich sagen, stoppen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und das war es dann Leute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.